Jolan True und willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis und willkommen zu einem weiteren Teil unserer kleinen A-Z-Offizier-Serie. Bevor ich aber über unseren nächsten seltenen Offizier rede, noch einmal der kleine Hinweis, wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist und meine Videos magst, abonniere den Kanal doch bitte. Und wenn du das tust, klick auch die kleine Glocke und alle Benachrichtigungen, damit du erfährst, wenn ein neues Video rauskommt. Aber jetzt schauen wir uns mal Kira Nerys an. Sie gehört zur Klasse Kommando, das bedeutet, du brauchst Kommandoabzeichen, um sie abzugraden. Sie gehört zur Gruppe Deep Space Nine, das bedeutet, sie kann einem Captain aus der Gruppe Synergie geben, wenn sie mit auf der Brücke ist. Und sie gehört zur Fraktion Föderation, das bedeutet, du brauchst Föderationscredits, um sie abzugraden. Und in dem unwahrscheinlichen Fall, dass du Deep Space Nine nicht gesehen hast, gibt es dann hier wie immer für die Offiziere auch einen Erklärtext zu Kira. Der ist in dem Fall ein bisschen länger, sie war ja einer der Hauptcharaktere von Deep Space Nine, die sind manchmal länger, manchmal kürzer. Und wie du aus meiner Erklärung da schon sehen konntest, hat sie kein Kapitänsmanöver, was für den ersten Offizier der Station und die auch sehr viel auf der Defiant war, natürlich ein bisschen ungewöhnlich ist, aber sie hat keins. Dafür hat sie aber eine Offiziersfähigkeit und eine Unterdeckfähigkeit, die für mich ohnehin am interessantesten ist. Aber ihre Offiziersfähigkeit ist Stahlbestimmung. Kira Nerys verringert die Schildschadensabmilderung bei einem Angriff um 5%. Ich hoffe, da ist gemeint beim Gegner. Das ist nämlich mal wieder eine dieser lustigen Formulierungen. Das ist wie bei den Formationsarmadas, je nachdem in welcher Sprache man da drauf guckt, das extrem verwirrend formuliert ist. Aber ich hoffe mal, dass das hier dann für den Gegner gilt. Aber die Fähigkeit benutze ich normalerweise ohnehin nicht, denn was ich regelmäßig benutze, ist ihre Unterdeckfähigkeit. Das ist nämlich die Guerilla-Strategie. Sie war ja Widerstandskämpferin auf Bajor während der kalassianischen Besetzung und deswegen passt das auch sehr gut. Kira Nerys verringert die kritische Trefferchance des gegnerischen Spielers um 15%. Kira ist nämlich Teil einer meiner PvP-Crews und da dann unter Deck. Ich habe ja auf der Brücke dann eine der guten PvP-Crews, sei es Freeman, Weyoun, Ducat oder SNW, die Strike-Team-Crew. Und dann eben unter anderem Kira unter Deck. Es gibt ja einige schöne PvP-Unterdeck-Offiziere und Kira gehört eben dazu und das benutze ich auch. Denn die kritische Trefferchance des Gegners zu reduzieren, verringert einiges an Schaden an deinem Schiff. Und deswegen, wenn du Kira bekommst, was jetzt so ziemlich das Schwierigste in diesem Spiel ist neben Jailer, aber dazu kommen wir gleich, dann ist sie sehr hilfreich. Ansonsten, als seltener Offizier hat sie natürlich noch zwei Fähigkeiten für Außenteammissionen, einmal Scharfschütze, einmal Scharfsinnig. Wie du siehst, habe ich da nicht viel abgegradet, weil sie tatsächlich auch jetzt gerade, weil wir gleich noch eine Gebietsverteidigung haben, regelmäßig auf meinen Schiffen ist für PvP. Und daher werde ich sie nicht auf Außenteammissionen schicken. Aber Kira, das ist ja ihr Nachname, bei den Bajoranern geht es ja Nachname, Vorname, deswegen ihr Vorname ist Nerys und ihr Nachname ist Kira. Sie ist der einzige Offizier, den ich auf meinen Charts, die ich jetzt, wo die Incursion dann waren, hoffentlich jetzt meine Charts fertig machen kann. Und dann nächste Woche mache ich auch ein Video dazu mit der Übersicht, wo bekommt man welchen Offizier her. Und die packe ich dann auch auf meinen Discord. Wenn du noch nicht auf dem Discord bist, den ich zu dem Kanal hier eingerichtet habe, schreib einfach in die Kommentare, dass du gerne einen Link hättest. Dann antworte ich mit dem Link. Nicht auf meine Kommentare antworten, eigenen Kommentar schreiben, sonst sehe ich das nämlich nicht. Und dann veröffentliche ich halt diese Liste. Da sind auch Events drin, wo es immer die gleichen Offiziere gab in letzter Zeit und so weiter. Aber nirgendwo finde ich Kira Nerys. Also, falls ich irgendwas übersehen habe, sag es mir bitte, weil das kann natürlich passieren, weil auch das war wieder eine Heidenarbeit, so wie die Übersichten mit den Missionsplaneten, die auch länger gedauert hat. Da kann natürlich auch mal irgendwo was daneben gehen. Aber ich weiß im Moment keine regelmäßige Geschichte hier, wo man Kira Nerys bekommt. Also wie gesagt, wenn ich was übersehen habe und sie ist die einzige mit einer leeren Zeile in meinen Übersichten, dann schreib es mir auch bitte in die Kommentare. Genauso wie deine Meinung zu Kira. Benutze sie eben auch im PvP oder doch lieber für was anderes. Dann schreib es bitte auch in die Kommentare. Und wenn du ganz allgemein Fragen hast oder Video-Wünsche, du weißt, ich lese die Kommentare regelmäßig. Und wenn du jetzt noch ein weiteres Video sehen willst, das nächste ist hier im Endscreen. Ich sehe dich dann da. I'll be back.